Guten Morgen, es ist Samstag, der 22. Juni 2021 und ihr hört Nacktes Niveau. ... keine Propaganda, sondern der ukrainische Präsident Zelensky, so schreibt der Deutschlandstaatsfunk, hat erneut die Erwartung an die derzeitige Gegenoffensive gedämpft. Die russischen Streitkräfte in den südlichen und östlichen Gebieten täten alles, halte ich fest, Melina, täten alles, um die ukrainischen Soldaten aufzuhalten, sagte Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Nein, echt? Doch, und das im Krieg. Hm, unfassbar. Also, so unkomisch das ist, ist es doch geradezu Wahnsinn, dass er das als Überraschung hinstellt und jetzt so tut, als ob es nicht von Anfang an und immer klar gewesen wäre. Im Grunde, nur wer ausnahmslos die Bild liest, glaubt, dass die Ukrainer eine erfolgreiche Gegenoffensive da haben. Die ukrainische Armee setzt jetzt übrigens die Streumunition ein, die ja ein bisschen umstritten ist. Ja, genau, haben die Amerikaner jetzt gemeldet. Und man darf nicht vergessen, das ist ein schwerer Schlag für die Zivilbevölkerung, die ukrainische. Aber das scheint wurscht. Übrigens, die Russen, wo man ja gesagt hat, wir boykottieren russische Energie, deswegen geht es dann den Russen schlecht. Ja, Russland will jetzt seinen Marktanteil an Flüssiggas kurzfristig von 8 auf 20 Prozent erhöhen. Und dafür haben sie gerade eine riesige Anlage in Murmansk eröffnet. Und gleichzeitig soll damit erstmals die Nordostpassage, die seit Jahrzehnten von Russland aktiv ausgebaut wird, mit einer Flotte von schweren atomgetriebenen Eisbrechern die Transportwege in Märkte verkürzen. Und so soll das Arctic LNG 2 Projekt schon bald 6,6 Millionen Tonnen Flüssiggas jährlich in die Welt bringen. Vor allem wohl nach Asien. Danke Jochen Mitschka übrigens für diesen Beitrag. Und ja, also, okay, die Russen expandieren. Wem es jetzt schlechter geht mit dieser Entscheidung, gut, das wissen wir, uns. Ja, und es wird halt immer, es werden halt auch immer jede Menge Fake News verbreitet, gerne auch von der Tagesschau. Was? Beispiel jetzt auch, ja, dieses Getreideabkommen, das Putin jetzt erkündigt hat oder das nicht verlehrt wird. Da machen Politik und Medien Riesenwind, Putin hungert Afrika aus. Also das war der Tenor auch in der Tagesschau. Nur wenn man sich die Fakten anguckt, der UN zum Beispiel, sieht das völlig anders aus. Also von knapp 33 Millionen Tonnen gingen gerade mal 0,8 Tonnen in bedürftige Länder, afrikanische vor allem. Ja, also der Großteil dieses ganzen Getreides geht nach China und Europa. Europa zum Beispiel, Spanien, die kriegen 6 Millionen Tonnen, haben die bekommen. Also viel weniger, viel weniger als diese 0,8 Millionen, die in diese ganzen bedürftigen Länder geht. Und für was nutzen die Spanier das? Sie verfüttern dieses Getreide an ihre Schweine. Weil daraus machen sie dann Jamoncerano oder Chorizo, ja, also lecker Wurst. So, ja, also das ist eine Heuchelei, ähm, und die Heuchelei hört doch nicht auf. Die USA zum Beispiel, die liefern ja auch Mais, ja, die bauen ja viel Mais an. Und die könnten aber noch viel mehr Mais in die Welt liefern, wenn es darum ginge, den Hunger zu besiegen. Machen sie aber nicht, weil das lohnt sich finanziell nicht, weil der Weltmarktpreis nicht hoch genug ist. Und deshalb vernichten die USA, also die Bauern dort, den Mais lieber. Laut WWF wurden im letzten Jahr ganze 14 Millionen Tonnen Mais in den USA auf den Farmen schon vernichtet. Ja, weil sich Ernte und Export finanziell nicht lohnen. Und da sehen wir, worum es wirklich geht, ums Geld. Es geht nie um den Hunger von irgendjemandem, ja. Also wenn die USA wollten, könnten die sehr viele Menschen satt machen. Ja, und mit diesem Maximum an Desillusionierung verabschieden wir uns. Ja, und mit diesem Maximum an Desillusionierung verabschieden wir uns.